Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge The Baby in Yellow. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Es ist in meiner Wohnung extrem warm. Ich weiß nicht, ob das Angstschweiß ist, gemischt mit allem anderen, aber dieses Spiel hat gerade irgendwie eine extreme Wendung bekommen. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was passiert und wünsche euch damit viel, viel Spaß. Denn wir sind einer mysteriösen Katze, irgendwo hingefolgt, was für mich erst ein bisschen nach Kirchenkeller aussah. Jetzt sieht es aber aus wie eine Bunkeranlage aus verschiedenen Einheiten und irgendwie vielleicht auch einem Wissenschaftler. Denn ich glaube, wir haben hier irgendwie sowas wie eine Formel an der Wand zu stehen, mit dem wir den Exorzismus des Babys vielleicht betreiben können. Wir haben hier unten einen Androiden, wo wir erstmal eine Batterie reingeben. Was passiert denn jetzt? Oh, das finde ich wie niedlicher als das Baby. Okay, die Katze zumindest ist schon wieder weg. Was ist Carcosa? Die Hölle vielleicht? Ich weiß zumindest schon nicht mehr, wo ich wieder herkam. Achso, doch, hier. Haha, genau. Okay, da brauche ich auf jeden Fall einen Schraubendreher. So. Roboter reparieren. Steck es rein. Was soll ich denn reinstecken? Achso. Steck es rein. Nude. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, okay, wir müssen den Punkt treffen. Oder? Ah, nee, wir müssen den Bereich treffen. Zack. Ah, Entschuldigung. Zack. 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 Ah, Entschuldigung. Ach, verdammt. Klick, 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 klick. Klick, klick. Klick. Klick, klick, klick. Nochmal. Klick, klick, klick. Schaffen wir. Oh, ist das schwer. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. Geil. Mit den Minigames dazwischen sehr cool. Aber warum Roboter? Oh mein Gott, ist der süß. Oh, ist der putzig. Oh Gott, er drockt was aus. Oh, pass auf. Ich habe Tintenpatrone unten gesehen. Ich hole die Tintenpatrone. Oh, ist der süß. Oh, ist der dropsig. Das erste dropsige in diesem Spiel. Ach, der wäre nur Böses in diesem Spiel bisher. Warte. Irgendwas ist geplatzt. Oh Gott. Nicht das Baby jetzt. Nicht der Fluch des Babys. Ist der... Oh, ist der dropsig. Was braucht er denn jetzt? Einen neuen Booster befestigen. Wenn ich jetzt wüsste, wie man das macht. Ah, okay. Das hat er mit Newt gemeint. Oh Gott. Guck mal, das Baby ist schon näher gekommen. Guck mal, das Baby steht schon hier davor. Oh Gott. Es wartet auf uns. Es wartet einfach auf uns. Geh weg! Hoffentlich kommt es hier nicht rein. Hoffentlich kommt es hier nicht rein. Ich will nicht, dass es hier reinkommt. Ich will nicht, dass es hier reinkommt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es soll hier nicht reinkommen. Kann ich das Bild nicht einfach zerstören? Ein neuen Booster. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir sowas finden. Oh. Jetzt verstehe ich auch, was er sagt. Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich das finden soll, was wir jetzt brauchen. Ein neuen Booster. Ja, ist so ein bisschen wie so eine Bunkeranlage irgendwie. Aber hier ist doch was gewachsen. Hier ist doch was gewachsen. Bis zum geht nicht mehr. Kaputte Batterie. Tja, ich weiß nicht hier, wie wir das mit dem Booster jetzt hinkriegen sollen. Wenn ich ehrlich bin. Weil. Also den Androiden finde ich sehr, sehr süß. Ich weiß halt nicht, ob das klappt irgendwie. Okay, das heißt, er fliegt auf jeden Fall wieder ab. Aber wo kriege ich denn einen Booster her? Vielleicht irgendwo in den Schubladen? Ist ja auch zumindest Öl. Kann ich dich hier hinlegen? Okay, also wir suchen einen Booster. Vielleicht mit Muttern und Bolzen? Auch nicht. Ich lass mal daneben legen. Öl? Auch nicht. Aber Öl ist ja auch schon mal gut. Okay. Irgendwo in den Kisten noch was drin. Im Buch vielleicht? Okay. Mit Büchern kann er offensichtlich gar nichts anfangen. Okay, jetzt suchen wir Booster. Muttern und Bolzen. Sei es nicht Schraubzieher, es ist ein Schraubdreher. Stilllegung. Ich lebe mich auch gleich still, ey. Gummi-Enter. Entschuldigung. Das Baby aus der Hölle. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Zeit haben. Und den Eindruck, das Baby ist jetzt wieder ein Stück zurückgelaufen. Glaube ich. Aber es weiß, dass wir hier sind. Ich glaube, es weiß es. Es weiß es einfach. Kabelrolle vielleicht. Gibt so viele Sachen. Baust du eine Kabelrolle? Auch nicht. Ach, ich weiß nicht, ob das Baby schon wieder weg ist. Ähm. Also, an Schraubendrehern mangelt es uns ja nicht. Hammer? Hier ist noch eine Tür. Aber die ist zu. Hammer? Okay, ich habe jetzt gefühlt fast alles schon hier, was wir brauchen. Ah, Steckschlüssel. So, was haben wir noch? Auch nicht. Ach, der ist so süß. Ich will ihm ja helfen. Ich will ihm wirklich helfen. Aber ich finde momentan noch nicht das geeignete, was wir brauchen. Hier ist der dunkel. Da ist kaputt. Ah ja, okay. Gut, das Baby ist doch noch sehr nah. Hä? Wo finde ich das denn? Geh weg! Können wir das Bild zerstören? Ich habe keine Ahnung, wo ich den Booster finden soll. Hä? Ich habe alles andere schnell gefunden. Außer das. Da ist nichts drin. Sollte da was drin sein? Wo ist denn die Katze, wenn man sie braucht? Also ich hätte halt als einziges irgendwie noch diesen Gang. Müssen wir da nochmal gucken. Aber hier oben ist ja nichts, ne? Ganz oben. Da ist eine Säge. Gummiente. Hammer. Vielleicht hinter der Tür. So müsste man sie aufkriegen. Vielleicht mit dem Hammer die Tür einschlagen? Ach so. Da könnte man ihn wahrscheinlich... Ah, okay. Das ist zum Öffnen der Tür. Okay. Das heißt, wir müssen ihn wirklich erst reparieren, weil wir sonst die Tür nicht aufkriegen. Ich weiß nicht, wo ich das finden soll. Booster. Vielleicht da unten? Hier irgendwo was übersehen? Ich will da nicht nochmal rein. Das war echt gruselig. Ja, oder? Wir müssen halt in den anderen Räumen ein bisschen genauer gucken. Das kann auch sein. Das wird's wahrscheinlich sein. Aber guck mal, hier ist diese Figur, ne? Diese Figur, die auch das Baby hatte. Also, vielleicht wurde das Baby... Ähm, das kriege ich nicht auf. Vielleicht auch einfach eingesperrt in eine andere Welt. Warum ist hier jetzt eigentlich zu... Ist ja auch fies. Weiß, wie ich meine. Vielleicht wurde das einfach da eingesperrt, bis man irgendwie eine Lösung findet, um den Dämon auszutreiben. Vielleicht ging ja mit dem Baby irgendwas schief. Irgendein Experiment oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwas hört sich hier an. Irgendeine falsche Pflanze gegessen oder sowas. Ähm, und dann haben sie vielleicht einfach diese Portale gebastelt, um das da erstmal von der Gruppe hier fernzuhalten. Vielleicht, das ist so eine Geschichte. Ich weiß noch nicht. Ich weiß zumindest auch nicht, dass wir diesen Booster jetzt erstmal nicht finden. Was meinen sie denn mit Booster? Tintenpatrone? Batterie? Bolzen? Hä, mehr gibt's hier nicht. Da ist überall zu. Ah, warte mal. Hier waren wir noch nicht. Buch. Hier ist noch ein Buch. Okay, da ist noch ein Buch. Hier waren wir noch nicht. War das zu? Was ist denn Booster? Aber hier finde ich jetzt auch nichts außer Fässern. Kann ich mich einfach an so ein Fass mal ranhängen, bitte? Mal Schnaps trinken jetzt eine Runde. Das ist die Lösung für alles. Aber hier liegt auch nichts mehr drin, na? Ne. Also hier ist zumindest irgendwie noch ein Buch. Ich nehm's mal mit. Ich finde keinen Booster. Da. Hier ist nix. Hier ist nur ein Booster. Einen neuen Booster. Ich weiß nicht, wo hier Booster sein soll. Hä? 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 Es gibt keinen Booster. Einen neuen Booster befestigen. Da ist ja das Zeug unten irgendwie dran. Aber wir haben ja alles jetzt schon irgendwie dem... Kohle vielleicht. Aber Kohle ist kein Booster. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Ah! Sag das doch gleich. Dass man dich auch hier ranstecken kann. Okay, was ist das? Booster-Einheit! Ach, Mann! Ja, das muss man auch erst mal rausfinden. Dass man ihn da an die Tür ranstecken muss. Ach, ich will Arsch. Gut, wir haben's geschafft. Kann nicht per Hand befestigt werden. Ähm. Warte mal. Nehme ich ihn da nochmal ab? Okay, pass auf, dann... Vielleicht irgendwas anderes noch ranschrauben. Bolzen vielleicht. Kann nicht per Hand. Wie denn sonst? Bäh. Hä? Ich hab keine Ahnung, wie ich es befestigen soll. Du musst da nochmal ran. Ich guck mir mal den Rest der Einheit hier jetzt an. Etwas gehört hier hin. Ah, vielleicht diese Booster-Einheit. Das kann sein. Ich probiere mal, ob man hier was aufbauen kann. Okay. Ich hab keine Ahnung, was der Booster ist, ist die Frage. Ich hab doch ein Buch gefunden. Ich bring die Bücher jetzt alle erstmal da hin. So, ab ins Chaos. Äh, 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 äh. Kabelrolle vielleicht? Aber wenn ich ihn abnehme... ... ... ... ... Geht ja hier wieder aus. Hä? Ich versteh's gerade nicht. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Was ich tun soll. Puppenbachen. Puppenbachen. Als neuen Standort? Hä? Hä? Okay, gruselig. Weil hier die ganzen Plüschtiere, also Kuscheltiere sind. Hä? Kabelrolle. Also überall das Gleiche. Ist noch ne Tür? Ah, ein Türstopper! Warum ist die Musik da so? Ah, ne, warte mal. Ich kann... Aha, so. Jetzt kann ich dich nehmen. Dup, 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 dup. Und hier ran machen. Und jetzt? Ah, so funktioniert. Was für die Geburt. Oh, ist der süß. Wally. Äh. Oh, oh. Das Baby? Was ist passiert? Ach so. Oh Gott, das Baby springt hier gleich rein, ne? Was ist denn, wenn das Baby hier reinspringen kann? Was ist denn, wenn es hier reinspringen kann? Was hält es denn davon ab, dass wir reinspringen können? Zumal das Schild ja jetzt abgefallen ist, mit kein Baby erlaubt. Sind das die Schutzbarrieren vielleicht? Sind das die Schutzbarrieren? Oh nein, wir können auch hier nicht mehr zurück. Guck mal. Und wo ist die Katze? Oh. 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 Ich hab irgendwelche Geräusche gehört. Ich hab wirklich Angst, ey. Das wird doch richtig gruselig, glaub ich, werden. So richtig eklig gruselig. Ist ja jetzt irgendwie schon so, dass man denkt so, äh. Warum ist das so, wie es ist? Hä? 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 Ah, wie soll ich ihm denn helfen, ist die Frage. Wir haben ja nirgendwo... ...mit dem Buch vielleicht Puppen machen. Ich weiß noch nicht. Der heilige Türstopper. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade sehr, sehr ruhig, weil... Ähm... Ich finde den Teil hier jetzt ein bisschen schwieriger. Was ja so vom Mauch okay ist, aber... Ja, ich find's schwieriger. Punkt. Kann ich das nicht irgendwie... Warte mal, hatten wir nicht eine Säge irgendwo? Krieg ich wahrscheinlich auch nicht raus damit. Nee. Wie soll ich ihm helfen, da rauszukommen? Er braucht irgendwas. Mutter hat Bolzen vielleicht? Was kann ich dir geben? Ah, okay. Ah, er repariert's. Hilf... Achso, hilf Nude den auch. Okay. Dann müssen wir doch fliehen. Okay, was brauchst du jetzt? Öl. Ah, hat er mir vorhin schon ein Bild gezeigt? Dann tut's mir leid, dann hab ich nicht drauf geachtet. Prost. Prost. Was brauchst du jetzt? Ein Hammer. Liegt vor mir. Dieses Baby da vor der Tür. Ich bin sehr gespannt, was da als nächstes noch passiert, ne? Ich bin sehr gespannt, was passiert. Oh, wir haben die Fahrstuhl, glaub ich, repariert. Dieses Baby. Dieses Baby. Gerne doch. Oh, 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 oh. Da ist irgendwas passiert in die Richtung. Nein, da. Nein. 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 Ja. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020